Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Bitcoin, oh Mann, das war wirklich brutal. Wir haben gesehen, dass es pumpt und jetzt über das Wochenende ist es gedumpt. Und das war zu erwarten, weil das Wochenende ist normalerweise da, um die ganzen Kinder umzubringen. Die denken, sie können traden und jetzt sehen wir höchstwahrscheinlich einen Pump. Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin in the pipe, 555, versuche am Leben zu bleiben hier in Dubai. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut und danke, dass ihr Gefällt mir drückt und abonniert. Ich schätze das wirklich sehr. Wir werden sehen, was abgeht mit Bitcoin. Ich weiß, das ist eine Weile her, als ich das letzte Video gemacht habe. Also wir werden darüber reden, ob das der Boden ist und ob Bitcoin hier abprallen wird und bis zum Mond geht. Oder wird es weiter nach unten gehen und wir werden sterben. Hoffentlich wird das nicht das letzte sein, was eintrifft und ich hoffe, wir werden höhere Preise sehen. Für Bitcoin, Bitcoin wird gut abschneiden, so oder so, irgendwann. Auch wenn wir den ganzen Weg runtergehen zu verrückten Tiefs. Und wir werden auch darüber reden in der heutigen Sendung. Aber jetzt. Lass uns weitermachen mit den Charts. Lass uns direkt zu den Charts gehen, weil ich glaube, ihr seid aufgeregt. Also lass uns das machen. Also wir können sehen, dass Bitcoin ganz klar auf der täglichen Chart in diesem Trendkanal ist. Und wir haben den Boden getroffen, genau hier. Mit sehr vielen Wigs. Also diese Wigs waren ganz klar ein Signal, dass wir den Boden erreicht haben. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Trendkanal richtig ist. Weil generell, ihr könnt sehen, wie wir hier das benutzt haben. Wir haben diese erste Wig bei den 33.000 als Markierung. Aber generell ignoriert der Markt diese erste Wig. Und vielleicht haben wir unseren Trend irgendwo hier. Genauso. Das ist vielleicht der Trend. Ja. Ihr könnt sagen, aber ist das nicht schlecht, Da Vinci? Weil die tägliche Kerze unter dem Trend ist. Aber denkt dran, diese tägliche Kerze ist noch nicht geschlossen. Noch nicht. Also kein Grund zur Sorge. Noch nicht. Bitcoin könnte sich umdrehen. Und wieder weiter nach oben gehen. Also lasst uns einfach abwarten und sehen. Ihr könnt sehen, wie wir zurückgekommen sind von diesem Pump. Ist Bitcoin auch durchgebrochen durch das 13. EMA. Das ist diese gelbe Linie. Und jetzt haben wir das nochmal getestet. Und generell das bedeutet, dass wir weiter runter gehen. Das ist leider so. Aber wenn das der Fall ist, dann müssen wir das akzeptieren als Möglichkeit. Aber wir müssen uns auch dieses Horror-Szenario ansehen. Weil das sieht so aus wie eine Bear Flag. Und sollte das eine Bear Flag sein, dann reden wir hier von Preiszielen von bis zu 13.000 Dollar. 12.265 Dollar als mögliches Tief von dieser Bewegung. Und keiner möchte das. Keiner möchte, dass das eintrifft. Ich glaube das nicht. Aber wir müssen das betrachten. Sollte Bitcoin diesen Boden von diesem Trendkanal brechen. Aber dieser Kanal hier, genau dieser hier. Lass mich den anderen löschen. So dass wir genau wissen, von welchem wir reden. Nicht den hier, der ist zu steil. Ich werde den hier benutzen. Also dieser grüne. Aber wie ihr sehen könnt, diese grüne Trendlinie ist ein ganz klarer Kanal. Lass uns sehen, ob wir ein Kanalwerkzeug haben. Um das einzuzeichnen, um zu sehen, ob das gleichmäßig ist. Lass uns sehen. Paralleler Kanal. Hier haben wir es. Jetzt muss ich sehen, ob ich das eingezeichnet bekomme. Da haben wir es. Und dann ziehen wir das rüber. Ja, das ist ein paralleler Kanal. Also ja. Ihr könnt sehen, dass dieser parallele Kanal, in dem wir gerade sind, also wir müssen verstehen, wenn wir hier nicht abprallen, dann müssen wir das ernst nehmen, dass wir runtergehen, zumindest unter den 30.000, sollten wir hier durchbrechen, durch diesen Kanal. Also das sieht nicht sehr gut aus jetzt gerade. Auf der täglichen Chart. Und lass uns auf die 4 Stunden Chart gehen, um zu sehen, ob wir irgendeine Bullish-Divergence sehen, auf der Chart. Lass uns sehen. Nein haben wir nicht. Keine bestätigte. Aber vielleicht haben wir eine kleine Divergence. Nein, das ist ein neues Tief. Aber vielleicht, wenn du das von hier nach hier nimmst. Ich glaube nicht, das ist zu weit weg. Also wir haben keine Bullish-Divergence auf dem RSI, auf der 4 Stunden Chart. Und das ist kein gutes Signal. Aber wir sind hier sehr gut gebounced von diesen unteren Bereichen, von diesem Trendkanal. Aber seid nicht überrascht, wenn es umdreht und nochmal hier den Boden testet. Weil normalerweise, wenn ich diese Wicks hier sehe, dass es aussieht wie eine Gabel, diesen Boden, normalerweise, ist das ein Wendepunkt in dem Markt. Also mir gefällt es, wenn ich die sehe, aus dem Grund, weil der Markt sagt, okay, ich komme nach unten, aber die Leute kaufen das auf und dann kommt es wieder hoch und dann versucht es das nochmal. Ah, du willst es verkaufen? Okay, ich kaufe es. Also alles, was du hast. Und der Markt rennt davon weg, sehr schnell. Also das hätte es gerade getan. Also ihr könnt sehen, dass dieser Boden bei 38.217 Dollar ist. Aber wenn wir jetzt den Rock'n'Brainer anmachen, diese Indikator, die sehr gut sind, den ich auch oft benutze, um mir zu helfen, um zu traden, dann kannst du sehen, schaut euch das an, wir haben einen Short und es gibt jetzt noch kein Wendepunkt, kein grünes Kaufsignal, seit April, dem 21. April, da haben wir das erste Verkaufssignal gesehen, den ganzen Weg bis hier runter. Also ja, wir könnten sagen, dass wir jetzt noch keinen Wendepunkt haben, basierend an den Rock'n'Brainer Indikator. Also wenn ihr euch für diesen Rock'n'Brainer Indikator interessiert, das ist ein sehr einfacher Indikator, er sagt dir, wann du kaufen und verkaufen sollst und das war's. Oder du shortest, wenn er verkaufen sagt und wenn er auf kaufen geht, dann machst du deinen Short zu. Also das ist ganz basisch. Du brauchst dich nicht sehr viel drauf konzentrieren und sehr viel planen. Du musst einfach den Indikator anstellen und einfach nur warten, bis es dir das Signal gibt, wann du kaufen und verkaufen sollst. Und wenn du dich interessierst, den Rock'n'Brainer zu benutzen und den Indikator kannst du auf verschiedenen Märkten benutzen und du kannst es traden bei bybit.davincij15.com und bei Bybit gibt es sehr viel verschiedene Märkte, die du traden kannst, wo du die Assets auf dem Spotmarkt kaufen kannst oder du kannst es mit einem großen Hebel traden. Wenn du magst, aber du kannst einfach nur rübergehen und Bitcoin direkt kaufen, indem du Geld einzahlst. Und natürlich auch, ihr könnt auch rübergehen zu femex.davincij15.com Das ist auch ein guter Platz, wo du deine Kryptowährung kaufen kannst, auf dem Spotmarkt oder auch mit Hebel traden kannst. Aber denk dran, die geben dir beide einen großen Bonus. Bybit vergibt jetzt 4.620 Dollar ein Bonus, wenn du dich da anmeldest. Also wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann geh sicher, dass du rübergehst und dich anmeldest. Und wenn du dich schon angemeldet hast, dann mach dir eine neue E-Mail-Adresse, um diesen Bonus zu erhalten. Also lass uns rübergehen zu Ethereum und lass uns den Rock'n'Brainer-Indikator anmachen und lass uns sehen, was er uns sagt. Ja, wir haben jetzt ein Kaufsignal. Sehr interessant. Ist das auf dieser Kerze? Ja, auf der jetzigen Kerze. Und die hat noch 3 Stunden und 20 Minuten. Aber das bedeutet nicht, dass das ein Kaufsignal ist. Aber was mir gefallen würde, wenn das hier bei diesem Boden, wir können genau das gleiche hier sehen, wie bei Bitcoin. Also das sagt, dass vielleicht hier ein Wendepunkt ist. Aber das nennt sich auch wie Railroad Tracks. Also genau wie eine Bahnschiene parallel zueinander. und das könnte bedeuten, dass sich Ethereum richtig heftig umgedreht hat auf dieser Bewegung mit dieser Gabel am Boden. Und ihr könnt sehen, dass hier ein großes Plus ist, dass es hier richtig Druck bekommt. Also Ethereum könnte sich umdrehen hier und sehr viel weiter nach oben gehen. Aber wir müssen sehen, was sich hier gibt. Aber ihr könnt sehen, dass der Indikator jetzt wieder umgedreht ist, dass das hier kein Kaufsignal ist, weil das gibt dir nur ein Kauf- und Verkaufssignal wenn die Kerzen geschlossen sind. Und das passiert erst in 3 Stunden und 20 Minuten. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr runtergehen auf die niedrigeren Zeitebenen, ob es hier ein Kaufsignal gibt. Und hier hatten wir schon eins vor 4 Stunden nach diesem großen Verkaufssignal auf der stündlichen Chart. Also ihr hättet richtig gute Profite machen können, wenn ihr den Rock'n'Rainer-Indikator benutzt hättet. Also geht rüber zu payments.rock'n'Rainer.io um deinen Rock'n'Rainer-Indikator heute zu kaufen. Okay, also lass uns jetzt rübergehen zur Dominanz. Und die Dominanz geht seitwärts. Seitdem ich das jetzt mal darüber geredet habe, vor ein paar Wochen und oh Mann, ich bin überrascht, dass wir so sehr seitwärts gegangen sind, dass die Bouldinger Bands, ihr könnt sehen, die Bouldinger Bands, die haben sich ganz schön zusammengezogen und das bedeutet, dass es eine explosive Bewegung gibt, entweder nach oben oder nach unten. Also, die Bouldinger Bands ziehen sich zusammen, sie zeigen dir keine Richtung, sie sagen dir nur die Möglichkeit, wann etwas ausbricht oder nicht. aber leider diese niedrigeren Indikatoren auf dem Volumen und dem RSI sagen uns, dass wir nach oben gehen und nicht nach unten gehen. Also das bedeutet, dass die Altcoins vielleicht vorbei ist hier, bevor sie eigentlich richtig angefangen hat, also alles unter 39%, das gibt uns eine Altcoinsaison, die wir nicht glauben würden, aber wir müssen da durchbrechen, durch die 39%, um das zu bekommen. Aber jetzt gerade sieht es so aus, als ob wir weiter nach oben gehen, auf der Bitcoin-Dominanz. Also das bedeutet, dass diese ganzen grünen Coins hier, gepreist in Bitcoin, diese ganzen Assets, ein Ende haben werden, in der nächsten Zeit. Leider. Leider. Aber schaut euch diese ganzen Coins an. Wow, Steam ist wieder zurück. Wow, ich habe das nicht gewusst. Wir haben Kava. Jemand hat mich gefragt, ob ich TA auf Kava machen kann. Ich glaube, ich werde das nach der Sendung machen. Und wenn ihr das verpasst, ich mache das live jeden Tag vor meinen Zuschauern und sie bekommen privaten Zugang, um mir Fragen zu stellen und technische Analyse. Also ich werde das vielleicht wieder öffnen. Also schaut euch diese Sendung an, um in meine Gruppe einzutreten. Also wir benutzen die Little Old Lady Strategy. Also wenn euch das interessiert, dann geht rüber zu davincicodes.net schräg-schräg-videos. Und dann könnt ihr diese freien Videos sehen, wie man die Little Old Lady Strategy macht, um mehr Bitcoin zu verdienen, um diese ganzen Altcoins zu traden. Weil der Grund, warum ihr das machen wollt, weil irgendwann wird Bitcoin, es wird die Weltreservwährung sein und das ist einfach, wie es ist. Weil es einfacher ist zu benutzen und tausendmal besser als das Geld, was wir heutzutage benutzen. Also warum nicht die Weltreservwährung und deswegen, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt. Bye now.